Du hörst die Maske. Wir sind mitten im VIP-Bereich vom Splash. Hallo, 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 hallo. Darf ich dir eine kurze Frage stellen? Na klar. Wie findest du es hier auf dem Splash? Sehr schön. Ich habe gestern Casper gesehen, das war wundervoll. Hallo, ihr Black gesehen, das war auch sehr schön. Wunderschön, bestes Wetter und nette Leute, alles geil. Ja, wir waren schon auf vielen anderen Festivals und das ist echt cool. Ist nicht ein bisschen heiß in dem Outfit? Einigermaßen. Warum macht ihr das? Ist geil. Wollt ihr auffallen? Ne, nicht unbedingt. Was hat man auf einem Festival, was man im Alltag nicht hat? Sehr viel Alkohol und man hat einfach Stimmung, weil dauernd Musik läuft und man hat einfach Leute um sich rum, mit denen man schon immer mindestens ein Gesprächsthema hat, die Musik. Wie geht es euch so? Gut, gut. Gestern war hart auf jeden Fall. Bis wann? Wie lange ging es? Bis 6 Uhr morgens. Und was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Ganz ehrlich? Ne, 57. Ja? Hast du den da reingestellt? Ich habe auch ein Bild mit dem zusammen. War richtig geil, war richtig cool. Warum? Warum fandest du ihn am besten? Weil er einfach am krassen gerockt hat. Und dann Sami natürlich auch. Ja, ich fand Sami glaube ich am besten bisher eindeutig. Ja, KIZ war auch gut. Aber durch Sami war schon brutal. Normalerweise sind wir in viel größeren Gruppen unterwegs und jetzt sind wir nur vier Mädels. Und es ist wesentlich angenehmer. Also es ist teilweise schon wirklich auch eklig und dreckig und es gibt ja nur eine einzige Anlage mit Duschen. Aber es geht schon. Wenn man was besser machen könnte hier auf dem Splash, was wäre das? Feiern. Der Weg. Der Weg? Der Weg ist so weit. Und ihr schlaft auf dem Zelt. Ihr seid ja schon im Zelt. Bei euch ist es ja sehr praktisch. So ist es auf dem Splash. Alle paar Meter ein paar MCs. Hier haben wir MC Satri. Alles gut? Ja, dankeschön. Was machst du hier? Sitzt gemütlich? Chillt? Genau, ich habe ein schattiges Plätzchen gesucht und habe mich sozusagen hier in die Ecke gesetzt. Was ist deine Ambition, warum du drei Tage auf so einem Festivalgelände verbringst? Man muss dazu sagen, dass ich erst einen Tag hier bin. Und nichtsdestotrotz feiere ich natürlich Hip-Hop. Und wollte mir das natürlich mal anschauen, wenn es schon Deutschlands größtes Hip-Hop-Festival ist, was hier los ist. Da ist auch eine Kollegin. Hallo Visa. Na, alles gut? Ja. Du hast die Macht. Wer bist du? Ich bin Phil Payne. Phil Payne? Phil Payne. Und was machst du Phil Payne? Pain in your ass, Pain in your foot. Oh. Pain haben möchtest. Aber höchstens Pain... Du kannst ja... Nee, das finde ich ja nicht in Ordnung. Was ist das denn jetzt hier? Nein, das ist keine böse Musik. Wir machen eigentlich ganz liebe Musik. Und wie findest du's auf dem Splash? Du bist immer hier, jedes Jahr? Ich bin ehrlich gesagt erst das zweite Jahr hier. Aber wieder hier in Arbeit quasi, in Action die ganze Zeit. Also ich hab sowohl fürs Radio als auch für 16bars.de die ganze Zeit Interviews gemacht. Phil Payne ist leider nicht gut, leider nicht klug. Bis nicht am Ende des Tunnels, bei ihnen leider ein Zug. Ich bin der Lokführer, aus meinem Style ist die Zug. Aus der Bahn, Ausnahme, Rapper number one. Chef Cap, ich sprech immer die Wahrheit aus, nachdem ich Rap machen. Rap mit dem Mund nur noch mal Zahnar drauf. Deutsche Rap ist farte, grau ich auch ein bisschen Farbe. Doch bei Deutsche Hip Hop Farbe baut bitte die Karten auf den Tisch. Und so Splash ist das auch eine politische Veranstaltung? Nee, gar nicht eigentlich. Ich meine, jeder andere sagt wahrscheinlich was anderes. Aber das ist halt immer so ein Pseudo-Ding. Also die halten sich dann so für pseudopolitisch und so. Aber ich finde das ist kein politisches Ding. Es ist halt ein Festival, hier wird gefeiert und die meisten sind eh total stramm. Und deswegen ist das keine politische Veranstaltung. Aber ist auch nicht schlimm, oder? Nee, natürlich nicht. Muss es auch nicht sein. Würdest du meinen, könnte so eine Geschichte eigentlich auch nutzen, um noch ein bisschen mehr irgendwie politische Botschaften rauszuhauen? Gerade jetzt im Zeitalter von Aufständen und so weiter und so fort. In der arabischen Welt, in Spanien geht die Jugend auf die Straße. Ähm, ja. Ich bin ja auch ein Freund von Politik, so ist ja nicht. Also von daher würde ich mich freuen, wenn es vielleicht auch mehr politische Themen geben würde auf dem Splash. Ich frage mich nur, ob das Interesse besteht daran. Ich mag es nicht so, wenn es zu politisch ist, der Rap so. Also zu direkt. Ich mag es mehr, wenn es so ein bisschen verschachtelt politisch ist, versteckt politisch, aber so direkt. Schau dir das an, nee, wir haben 10.000, 20.000 Jugendliche, die feiern friedlich, das ist Politik. Ja, hier sind ja viele Jugendliche, da kann man ja viele Themen anbringen. Okay, aber was wären denn so die Themen, die man hier mal irgendwie an einen Mann bringen könnte? Ich glaube, Zukunft ist eine ganz wichtige Geschichte für die Jugendlichen. Integration und vor allem Brücken bauen im Endeffekt. Ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Sache und halt nicht um den heißen Brei reden. Ich glaube, viel mit authentisch zu sein und einfach zu sagen, was man irgendwo denkt. Eingehen auf die Jugendlichen und fragen, was wollt ihr. Hier gibt es die größte Möglichkeit, das größte Potenzial dazu. Aber die meisten wollen ja eigentlich eher feiern, oder? Ja, aber du musst das ja eh bei der Jugend immer so machen, dass du das subtil von hinten versuchst, den Leuten zu verkaufen. Cooler Rapper, der irgendwas rappt und am Ende kommt hin die politische Botschaft. Zum Beispiel, wer wäre das? Ein politischer Rapper, in Anführungsstrichen, hier aus dem Splash. Da ist halt das Problem, es gibt nicht so viele. Nee, Pfad ist zum Beispiel einer, der kann das sehr gut. Ob die politische Meinung jetzt jeder vertritt, das ist wieder was anderes. Aber der schafft das schon, mit seinen Texten eine echte Aussage zu verpacken und nicht einfach nur zu labern. Momentan ist das halt alles entweder sehr egozentrisch, also man beschäftigt sich stark mit sich in der Musik. Oder es ist halt Party und Battle-Rap so. Aber so politische Rapper kriegen gerade auf jeden Fall nicht so viel. Vielleicht gibt es auch einfach keine Attraktiven genug, deren Musik cool genug ist. Ich glaube, so Jugendliche wollen nicht so viel mit Politik am Hut haben. Glaubst du, dass es so ein Grundsatzding ist, dass die eigentlich kein Interesse dafür haben? Nee, gar nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube gerade jetzt kommt es wieder auf. Also in den letzten Jahren war das so, die letzten Generationen waren so ein bisschen desinteressiert, haben sich lieber weggefeiert. Jetzt kommt es gerade wieder so, wenn man so Frittenbude und sowas sieht, weißt du, die dann so geile Mucke machen. Du kannst upraven dazu, aber die sagen halt trotzdem was. Teilweise dann feiere ich das. Und ich merke das, wie die ganzen Kiddies das feiern. Und ich glaube, da werden auch viele so davon inspiriert und kommen dann mit neuer Musik, die auch in diese Richtung geht. Und ich glaube schon, dass man da so optimistisch in die Zukunft blicken kann. Und ich glaube, da werden die Zukunft blicken. Auch nicht wirklich. Aber alles. Das ist dann ein bisschenệ bosbisches. Untertitelung des ZDF für funk, 2017